Ah! Ja, ist das Gericht da im ersten Fall, oder was? Hat dir schon mal gesagt, dass du nervst? Ja, nochmal eins. Nummer zwei. Und drei Grabsteine plus. Ah, den Schlüssel! Ah, mach das erst kaputt. Der tut... Ah, nein, jetzt haben wir gar keinen... Jetzt mehr... Gar keinen... Ach, jetzt macht die Turm kaputt. So, jetzt haben wir nur noch einen, das sollten wir nicht schaffen. Du bist... Die Kante kaputt, ja. Ja, gut. Dann sollen wir Mützenkümpfe, wenn wir die Mütze kriegen. Gibt's ja hier ein bisschen geschenkt, die Mütze? Ja, aber... Die Mütze... Und dann haben wir's doch geschafft, oder nicht? Jawoll! Das dunkle Zentrum der Sümpfe. Ein Level fehlt uns noch und eine Flasche in einem vorherigen Level fehlt uns auch noch. Hier oben ist das letzte Level. Kommt hier her, gehen wir schon mal rein. Heimischer Herd! Okay. Hühner? Bei all dem Heu und den Federn hier drin muss ich schon niesen, wenn ich hier nur rein sehe. Aber wir haben keine andere Wahl. Der Geist dort hat mich über Spektralwelle kontaktiert. Und wir haben einen Deal. Er verspricht einen Schlüssel, wenn du 50 Hühner erlegen kannst. Schätze, er braucht sie für einen riesigen Gumbo-Eintopf, aber er hat Angst vor diesen Bombenhähnen. Pass auf, oder sie jagen dich in die Luft. Glaubst du, du schaffst es? Ich kann's versuchen. Fünfzig Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, fünf, oh. Ich seh sie. Was soll ich denn gegen diese Hände machen? Ja, da kommt ja genau unter Sekunde raus, wo ich davor stehe. Wie soll ich das denn ahnen? Okay, das muss eine schwierige Aufgabe, eine sauschwierige Aufgabe. Aber hier dürfte es ja kein einziges mehr erwischt werden. Obwohl wir diese Dreckshähne. Och nö, Dreckshähne. Nein, was wird sie denn da jetzt erwischt? Hä? Der Hahn war doch ewig weit weg. Und so, und so, und so, und so, und so. Und da noch eine, und da noch eine, und da noch eine. Und die Hände sind weg. Und die nächste Hände. Und die Hände sind weg. Und die Hände sind weg. Und die Hände sind weg. Ich bin weg. Ah, jetzt haben sie mich, ja, mit Stein. Ach, Scheiß. 11 Wieder. Boah, ist das eine Scheißaufgabe. Ah! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das klingt jetzt sehr flott. 11, 12, 13, 14, 15, 10 und an! Jetzt liege ich da fest. Wieso passt der da nicht durch? Die Lücke war dreimal breiter als Sly und der passt da nicht durch. Jetzt läuft es wieder langsam. Jetzt läuft es mächtig scheiße, würde ich sagen. Sonst hätten wir bei 1 irgendwas schon fast 25. Die kehren wir jetzt auch wieder. Wir fahren jetzt auf einmal ein paar. Nein! Hahn, Hahn! So. Und schon weiß genau, wie soll es das gewesen sein mit den Hähnen? Oder auch nicht. Weil die noch zu weit von anderen weg sind. Aber uns fehlen nur noch 3, 2, 1. Ja, mal hier. Gehne ich auch noch mit und dich da rum auch noch. Und dich auch noch. So. 55%! Und alle 7 Schlüsse dieser Welt. Durch dieses Fudo-Tor hier können wir immer noch nicht. Denk ich mal. Ich denke, wir müssen wieder rückwägs sein und von oben wieder runterkommen. Oder wir machen einfach die beiden Kerzen kaputt. Das geht auch. Ein Level fehlt uns doch noch die Truhen, ne? Äh, die... Flaschen. Absteht der Gefahren. Neustarfte Reise. Das war hier bei dem Reich der Bestie. Starten wir da nochmal kurz rein. Ins Reich der Bestie. Und ich gucke dann mal, wo sich das Ding befinden könnte. Da oben. Oben rechts. Gar nicht so weit weg. Ah, Kerze kaputt, Kerze kaputt, Kerze kaputt. Geht drauf, Kerze kaputt, Kerze kaputt. Geht die Kerze kaputt. Dann zeig mal her. Wo? Da hinten. Also hier. Ach, ich sehe sie. Ach, warum habe ich die vorher nicht gesehen? Warte mal, okay. Dann einfach nur das Level jetzt bis zum Ende durch. Und ich sehe hier gerade wieder gar nichts, weil es wieder ziemlich dunkel ist. Ja, jetzt geht's wieder. Und auf nach oben. Das kaputt, das kaputt, das kaputt, das kaputt, das kaputt, das kaputt, das kaputt. Speichermut. So. Und so. Und so. Und so. So. Tschüss. Ah. Slice. Schwingen. Schwingen. Und rüber. Und rüber. Schwingen. Und gehen. So. Hau ab. Und rüber. Und rüber. Und da hin. Ah, ich habe den Kreis gedrückt. Ja, okay. Schwingen wir nochmal neu. Schwingen. Schwingen. Schwingen wir mal. Das komische Moskito-Viechler weg. Und das nächste komische Moskito-Viechler weg. Es ist wieder saudunkel. Aber ich sehe ja, dass es hier hoch geht. Und das noch. So, einfach bis zum Ziel runterrutschen. Wir müssen das jetzt versuchen jetzt. Ja. Darüber. Jetzt kommt es. Ja, da kommt es raus. Das kam aber vorher einfach schlecht, sage ich mal. Da hat man nämlich nicht gesehen, dass es herkam und hat plötzlich gesehen, dass da etwas kaputt gebrochen ist. Oh, oh, oh. Nein, die sind uns erwischt. Unser Hufweißen ist weg. Schnell, 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 schnell. Ja. Theoretisch könnte ich ja cheaten und die ganze Zeit einfach ins Wasser springen. Dann werden wir immer weiter nach vorne wieder hin platziert. Aber wir wollen das ja auf reguläre Art und Weise machen, ne? Wie ich jetzt. Was? Warum sterben wir denn jetzt? Würdest du mich verarschen? Ah, doch, der ist nie gestorben. Es sah eben so aus. Tja. Geschafft. Wir müssen nur noch die Tresor öffnen. Nicht einfach mal ins Tor reinspringen da. Oben links. Nein. Darüber. Und aktivieren. Ja, mach das nicht zum ersten Mal. Ich musste zuerst mal ein paar persönliche Dämonen ausschalten. Versuch mal 4, 4, 4. Oh. 4, 4 und 4. 56%. Wunderbar. Wahnsinn. Matthew de la Couper's permanente Zeitlupentechnik. Mit diesem Kniff kannst du die Zeit, wann immer du möchtest, verlangsamen. Nicht bloß im Sprung. Halte die Dreiecktaste gedrückt, um sie einzusetzen. Okay, wir können jetzt die Zeit jederzeit schneller machen und jederzeit langsam machen. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß nur nicht, ob es uns was bringt. Naja. Damit haben wir alles und können es jetzt hochschießen lassen. Zur. Ja. Ja. Zur komischen Mr., äh, Mrs. Ruby. Nein, das hier war es nicht. Wir gehen hier hoch. Ah. Denk ich gleich nochmal um, bitte. So, ist fein. Und tschüss. Hier müssen wir den Klang. Und da können wir es einsetzen. Oh. Dann ist es jetzt wohl wieder Endboss-Zeit. Erstmal hier hin. Dann da drauf und hochgeschossen werden. Los, Sly. Auf geht's. Mrs. Ruby. Ein tödlicher Tanz. Wir machen es so wie sonst. Erstmal wieder ein bisschen gucken, was das Schema ist. Ich spüre, dass sich Cooper nähert. Wie furchtbar. Ein ganz schlechtes Gefühl. Naja, bei dir kriege ich auch eine Gänsehaut, Lady. Mit einer Armee von Geistern macht man sich bei Nachbarn keine Freunde. Ich sehe, wie sich dein Mund bewegt. Aber ich höre nur bla bla bla. Naja, wenn Kiefer klappern wollen, lass sie klappern. Wir sehen uns im Jenseits. Sly Cooper. Okay. Aber du gehst da zuerst hin. Abgemacht. Gut. Ja, wir fallen jetzt bei 35.000 Mal ins Wasser. Was, wieder hier hin? Wird es mich verarschen? Ich war doch schon da drüben. Oh, da ist sie. Oh. Komm zurück. Du kannst nicht auf ewig davonlaufen. Wie wahr, wie wahr. Warum lasse ich dich nicht von meinem Diener Chamli hierher? Hierher bringen. Okay, was ist der Haken? Oh, gar nichts. Nur ein kleines Spiel, das ich mit Gästen spiele, die mich nerven. Ich möchte sehen, wie gut du aufpasst. Was meinst du damit? Nun, ich greife dich mit meiner Mojo-Magie an. Wenn du nachmachst, was ich tue, kommst du ungeschoren davon. Dann, falls nicht, gehörst du mir. Ein bisschen Voodoo spielen, hm? Klingt eigentlich ganz leicht. Okay. Oh, sie hat doch wieder gedrückt. Okay. Also einfach ihre Tassen drücken. Ja, ich hab's kapiert. Nochmal von vorne. Jawohl. Ein Leben haben wir noch. Hey! Ich hab doch wieder gedrückt. Wann muss ich das drücken? Kurz bevor es da ist? Kurz nachdem es da? Und dann kurz nachdem, was? Wenn ich... Ich hab jetzt gedrückt genau in dem Moment, in dem es uns berühren sollte. Aber anscheinend reicht das nicht. Ich hab 3x4 gedrückt. Ich hab keine Ahnung, wann ich das genau drücken muss. Also die Viecher kommen auf mich zugeflogen. Muss ich jetzt in genau in dem Moment, in dem es uns berührt drücken? Anscheinend nicht. Genau danach ist ja unlogisch. Aber genau davor hat eben auch nicht funktioniert. Wenn ich jetzt in den Balken wäre und in der da durchläuft, dann hätte ich dann im grünen Bereich dann 4x4 gedrückt oder so. Dann müsste ich... Aha, jetzt... Ey, ich hab jetzt greißgedacht, du Assi. Mann, Sly. Steh mich so total bescheuert an, ja? Du bist ein Meisterdieb. Du willst einer werden. Solltest du dich nicht von so ein paar komischen zusammenkauernden Zähnen hier erschrecken lassen. Ja, mach jetzt hier. Wir wissen, dass ich nicht auf ihn davonlaufen kann. Oh, kann man das nicht abbrechen? Ja, wir kennen den Haken Voodoo-Spielen. Mach jetzt hin! Ah! Ich hasse Spiele, die man Katzins nicht überspringen, abbrechen kann. Ist doch kacke! Was meinst du denn? Ja... Und ich greife dich mit meiner Mojo-Magie an. Wenn du nachmachst, was ich tue, kommst du ungeschoben davon. Und die spricht auch so super schnell. Gehörst du mir! Ein bisschen Voodoo-Spielen, hm? Klingt eigentlich ganz leicht. Ja, eigentlich schon. Ist doch... Ey, ich hab 3x4 gedrückt. Was willst du denn eigentlich? 1, 2, 3 hab ich gemacht. Das hat... Hey, hey... Oh, gemacht. So, jetzt. Nochmal. 3x4, los. 2, 3. 1, 2, 3. Na, also. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, also. Jetzt hab ich's raus. 1, 2, 3. Hey! Ich hab doch gedrückt! Idiot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Hey! Warum sind häufig klappt das manchmal nicht immer der Dritte? Mann! Ja, 3x4-Eck, 3x3-Eck, 3x Kreis. Mach. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, also. Oh, es geht weiter. Juhu. Hä? Wohingse ich denn jetzt? Ah. Na, also. Oh. Ich hab X gedrückt, aber er hat's mal wieder nicht gemacht. So eine Kacke. Ich hab wieder X gedrückt. Wieso nicht? Wieso nicht? Wenn mir wenigstens erklärt werden würde, was ich falsch gemacht habe. Aber ich hab den verdammten Knopf genau im richtigen Zeitpunkt gedrückt. Aber nein. Es wird hier nicht gezählt. Ich hab die Hinsen. Ja, ja, ja. uestas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ich hab's gedrückt, aber hat er nicht gemacht. Tschüss. Jetzt hab ich wieder keinen Hufeisen mehr. Mach. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Ja, 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 ja. Und ja. Ja, 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 ja. Und spring. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, Hufeisen. Ja, 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 ja. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Da geht hier langsam die Booster aus. Ja. Okay. Ja. Toll. Hey, hey. Hey, ich hab drei eck gedrückt. Was soll denn die Kacke? Ah. Ha. Ja, ja, ja. Was? Ich hab dreieckes Bampi, so ein Verrückter gerade. Boah! Von ganz vorne? Ey, ich glaub, das Spiel will mich verarschen. Ich hab nur nicht einmal einen Fehler gemacht. Ich hab nicht einmal einen verdammten Drecksfehler gemacht. Ich muss jedes Mal wieder neu anfangen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Toll. Warum jetzt wieder nicht? Warum nicht? Warum? Ich hab Dreckskreistaste gedrückt. Hat eben schon nicht funktioniert. Ich versuch davor. Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund. Ja, los, jetzt schickt da der Kacke da ab. Was? Bababoo. 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 He. 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 Und sprung. He. Ich hab nichts mehr zu sagen, weil ich die Kacke jetzt schon zum dritten oder vierten oder achten oder neunten Mal probiere. Ja, hu, hey. Jetzt sind wir wieder in super motivierender Fassung. Warum nicht? Warum zum Teufel nicht, verdammte Kacke? Ich hab sowas von X gedrückt. Mann. Zum Kotzen, wenn man hier so vom Spiel getrogen wird, wenn man eigentlich alles richtig macht und dann trotzdem jedes Mal ein Leben abbezogen bekommt. Jetzt geh ich hier ohne Leben ins Letzte rein, das kann ich vergessen, weil da wird garantiert wieder so ein oder zwei Sachen nicht zählen, die ich in Möglichkeit gedrückt hab. Ah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Und hau ab, du Drecksviech. 57 Prozent. Wenn er ungefähr so drauf ist wie der Rest von euch, wird's halb so wild. Sheila. Miss Rubies Teil des Buchs des Meisterdiebs enthielt die Unsichtbarkeitstechnik meines Urahnen Slyton Kommunen. Sie versetzte ihn in die Lage, korrupte Pharaonen und gierige Adlige bestehlen zu können. Auch dieses Mal kam Inspektor Fox zu spät. Allerdings nicht zu spät für Miss Ruby, die jetzt eine lebenslange Haftstrafe wegen unerlaubter maschineller Produktion von Untoten verwüst. Wir hingegen arbeiteten in den Tropen hart an unserer Gesichtsbräune und planten unser weiteres Vorgehen. Wir planten unser weiteres Vorgehen. Wie viel ist denn da geplant? Die Reisepläne nach China sind alle ausgearbeitet. Okay, Reisepläne nach China zu Kung Fu Panda. Hier haben wir die Sümpfe von Haiti abgeschlossen. Hier haben wir in den USA die, naja, Großstadt in dem wilden Westen, sag ich mal. Es kam am Anfang so ein bisschen Canyon-mäßig rüber. Dem Mad Dog, Mad Shot, Muck, Buckshot, so, den Hund ausgestaltet. Hier am Anfang hatten wir Raleigh, den Frosch und hier eben Miss Ruby, das Krokodil. Die Reisepläne nach China sind alle ausgearbeitet. Komische Kung Fu Panda, den Namen weiß ich nicht mehr. Und, ja, das sieht dann wohl die vorletzte Welt sein, denn wir haben hier noch... Ne, jetzt kann ich die vorletzte Welt sein. Aber laut Karten wird das genau hinpassen, denn wir haben hier rechts die erste, rechts die zweite. Die dritte ist genau Mitte gegenüber von unserem Wagen. Die vierte ist da, die fünfte kommt da rechts. Sieht man schon einen Teil da rechts. Ist auf jeden Fall nicht in Amerika. Und hier haben wir das Büro von den beiden. Es passt keine sechste Welt hin, wenn wir diese komischen Filme hier entweisen, darauf hin, als wenn es noch eine sechste Welt gäbe. Weil hier haben wir noch zwei Plätze frei für Filmnummer... Also für Anfang Welt 5, Ende Welt 5. Äh, Welt 4 natürlich. Und hier noch Anfang Welt 5, Ende Welt 5. Und hier am Anfang finden wir noch drei Filme, wo ich nicht weiß, wie wir die bekommen sollen. Naja. Gucken wir uns doch den Anfangsfilm zu Kung Fu Panda an. Und dann würde ich mich für diese Aufnahme schon wieder verabschieden. Die Reisepläne nach China sind... Los geht's. Der nächste der Bande wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Panda-König. Schon in frühester Jugend war er von Feuerwerken fasziniert. Und er lernte daraufhin die hohe Kunst der Pyrotechnik. Doch er wurde zeitlebens wegen seiner ärmlichen Kleidung von allen verachtet. Gedemütigt rächte sich der Panda-König an denjenigen, die ihn gemieden hatten. Indem er seine pyrotechnischen Meisterwerke für seine Verbrechen benutzte. Die Teuflischen Fünf rekrutierten ihn als Sprengstoff-Experten. Und von diesem Augenblick an begann mein seine explosive Art auf der ganzen Welt zu fürchten. Man sagt, dass er in der unsicheren Bergregion von Kulun, West China, an der Perfektion seiner Feuerwerkskörper arbeitet. Sly Cooper in... Fire in the Sky. Ja, und darauf und auf den gefährlichen Aufstieg könnt ihr euch beim nächsten Mal freuen, wenn wir uns wieder in das Abenteuer mit Sly Cooper, unserem freundlichen kleinen Waschbärdieben, stürzen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.